Wiener bezeichnet eine Gruppe aus altindischer Zeit stammender gezupfter Seiteninstrumente, von denen heute vor allem zwei Arten in der indischen Musik gespielt werden. Die Stabzita Rudra Wiener im Norden und die Langhalslaute Sarasvati Wiener im Süden. Einteilung Die Wieners sind heute lauten Instrumente der klassischen indischen Musik. Die Sarasvati Wiener gilt als das edelste indische Instrument. Sie hat Bünde und wird von allen Wieners am häufigsten gespielt. Ihr Name rührt von der hinduistischen Göttin Sarasvati her. Sie ist die Göttin der Gelehrsamkeit, der Musik und allgemein der Künste. Dargestellt wird sie mit ihrem Attribut einer Wiener. Zu den in Südindien gespielten weiteren Wiener Arten gehören die buntlose Gotuwatjam Wiener, die auch Chitra Wiener genannt wird und im Norden die noch seltener als die Rudra Wiener gespielte, buntlose Vichitra Wiener. Die Mohanawiener hat mit einer Wiener nichts zu tun. Es ist eine von Vishwa Mohanbad umgebaute und mit Resonanzseiten ausgestattete akustische Gitarre, deren Klang an eine Sita erinnert. Eine Wiener hat, mit Ausnahme der Gotuwatjam, im Unterschied zur Sita keine Resonanzseiten. Die Sita hat als Bünde Metallbügel, die mit Abstand über dem Griffbrett liegen, um im Zwischenraum Platz für die Resonanzseiten zu bieten. Wiener sind entweder buntlos oder haben direkt aufgeklebte Bünde. Die Bünde der Sita sind verschiebbar, die der Wieners sind fest. Wieners haben einen volleren und länger anhaltenden Ton als die etwas klirrende Sita. Ihr Spiel ist dafür erheblich schwieriger zu erlernen. Ein gelungener Versuch, den langen Ton der Wiener auf einer Art Sita zu erzielen, führte vermutlich um 1825 zur Entwicklung der Surbahar. Einer tiefer gestimmten und größeren Sita. Dagegen ist die im 19. Jahrhundert entwickelte Kombination aus dem etwas rauh klingenden Rubab und der Rudra Wiener, die zur zarten Laute Suacinda mit Metallseiten führte, um 1950 verschwunden, Herkunft. Die ersten Seiteninstrumente waren Musikbögen und Stabzittern. Wiener war der allgemeine Begriff für Seiteninstrumente in den auf Sanskrit verfassten altindischen Veden. Er taucht bereits in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus auf. Noch früher im Rikveda und Atavaveda erwähnte Namen wie Gargara und Kakari könnten sich ebenfalls auf Seiteninstrumente bezogen haben. Möglicherweise bezeichnete Pekoravina die einfachste Form eines Musikbogens, dessen Seite mit dem Mund verstärkt wird. Während Kandavina vielleicht eine mehrseitige, aus mehreren parallelen Bambusröhren zusammengesetzte Floß Zita war. In den Brahmanas werden mehrfach Bogenhafen beschrieben. An einer Stelle im Jeminyar Brahmana besitzt die Wiener sieben Seiten, einen mit Tierhaut bespannten Korpus mit einem Hals und einem Tragegurt. Der Beschreibung nach ist eine Bogenhafe gemeint. In der alt-tamilischen Literatur bedeutete Y-A-Z-H allgemein Musik und zugleich Hafe. Es gab für namentlich unterschiedene Tonskalen jeweils eine entsprechende Hafe, mit der sie gespielt wurden. Wieners bildeten den wesentlichen Bestandteil der alt-hindischen Ritualmusik Gandhava, deren theoretische Grundlagen als Gandhava weder zusammengefasst werden. Im Hauptwerk dieser in weiterentwickelter Form bis heute gültigen Musiktheorie, dem um die Zeitenwende entstandenen Natyashestra von Bharata Muni, werden Seiteninstrumente genauer behandelt. Bharata unterscheidet vier Arten von Wieners, die aus Holz hergestellt sind. Die neunseitige Bogenhafe wie Pensivina wurde mit einem Plektrum und die siebenseitige Citra mit den Fingern gezupft. Nur eine untergeordnete Bedeutung, vielleicht als Baudun-Instrumente, scheinen die Kachapi und die Gosaka besessen zu haben. Die ältesten Darstellungen von Seiteninstrumenten zeigen ebenfalls Bogenhafen, die zunächst im buddhistischen Umfeld vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert n. CHR in Steinreliefs an indischen Kultstätten auftauchen. Hafenspieler innerhalb von Orchestern fanden sich in Reliefs, die frühbuddhistische Tanzzinnen darstellen. Auf den Steinzäunen der Stupas von Bahut, Sanchi und Amaravati. In der Biografie Eshwar Kosches über Buddha, Buddha Karita. Aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts wird neben einer Wiener genannten Bogenhafe mit sieben Seiten eine Bambusflöte Venue und eine von Frauen gespielte Trommel Pushkara erwähnt. Eine Goldmünze aus dem 4. Jahrhundert zeigt König Samudra Gupta beim Hafenspiel. Der berühmte himmlische Musiker Pen K. C. K., einer der Gandawas, wird stets mit einer Bogenhafe abgebildet. Und als Hauptinstrument eine große Hafe mit 21 Seiten. Winkelhafen wie die arabisch-persische Chen kamen in Indien nicht vor. Von allen Bogenhafen Indiens und Asiens insgesamt haben nur die Saungaug als Nationalinstrument von Myanmar und in Rückzugsgebieten die Vaji im Osten Afghanistans sowie die von den Pahan in Methuapradesh gespielte Binbaya überlebt. Auf den Reliefs von Amaravati und Nagarjunakonda sind auch lautenförmige Vinas abgebildet mit 3 bis 5 Seiten, einem langen Hals- und birnenförmigem Korpus. Ein zweiter Lautentyp in der historischen Kulturregion Gondrara, deren Zentrum im heutigen Pakistan lag, besaß 2 bis 3 Seiten und gehörte zu den Kurzhalslauten vom Typ des Babat. Bei einer weiteren in Gondrara abgebildete Lautenform ist der Korpus seitlich nach innen gekrümmt. Zu deren Nachfahren gehören heute Sarangi, Sarinda und Yeruba. Ab dem 6. Jahrhundert werden einfache Stabzittern mit einer Seite und einem Bambusstab als Seitenträger und die ersten Lauten mit einem Resonanzkörper, dessen Decke parallel zu den Seiten verläuft, abgebildet. Über die Spielweise der schräg vor der Brust gehaltenen Stabzittern mit einer Kalebassen-Halbschale als Resonator gibt die in ländlichen Region von Odisha bekannte Tuila-Auskunft, die als eine der wenigen Überlebenden der ansonsten heute in Indien verschwundenen einfachsten Seiteninstrumente gilt. Die älteste lauten Vinachis nach einem Sanskrit-Text aus dem 11. Jahrhundert Kinnaravina. Mitte des 12. Jahrhunderts wird in Gujarat als anderer Name für dasselbe Instrument Sarangavina angegeben. Kinnari sind weibliche Vogelmischwesen und gehören zu den niederen indischen Gottheiten. Der Name stammt aus dem altgriechischen Kinnira, alterabisch Kinnare. Der zusammengesetzte Begriff bedeutet Seiteninstrument der Kentaurin. Kinnari ist das älteste, namentlich genannte, vermutlich gezupfte Seiteninstrument. Aus der zweiten Bezeichnung Saranga leitet sich die spätere Gruppe der gestrichenen Seiteninstrumente Sarangi her. Die Entwicklung von Stabzittern, Langhals- und Kurzhalslauten vollzog sich parallel. An einem Säulenrelief in Kanshipuram aus dem 7. Jahrhundert spielt die Göttin Sarasvati eine liegende Wiener. Ein Relief am Nataraya-Tempel von Chidambaram zeigt eine stehende Frau mit einer Langhalslaute. Im Senjiterit-Nakara, einer Musiktheorie des Sangadevar aus dem 13. Jahrhundert, werden drei Arten von Stabzittern unterschieden. Die buntlose Ektantrivina, die Kinnari-Wiener mit Bünden und zwei Kalebassen und die Alapini-Wiener mit einem Resonator auf einer Seite. Dieser Resonator bestand aus einer halben Kalebasse und wurde gegen den Brustkorb gedrückt. So, dass die Öffnung ganz oder teilweise verschlossen wurde, um Klangunterschiede zu erzeugen. Durch leichtes Berühren der Seite mit einem Finger und gleichzeitiges Zupfen mit einem anderen Finger der rechten Hand konnten Flageolett-Töne erzeugt werden. Punkt. Die frühesten Wieners hatten nur einen Resonanzkörper. Der Musikgelehrte Abu Fassi beschrieb im 16. Jahrhundert eine Kinnara mit drei Kalebassen. In der Mogulzeit wurde die Bezeichnung Rudra-Wiener oder Bin für eine ganze Gruppe von Seiteninstrumenten üblich. Die Musiker wurden folglich Pinkas oder Binakaras genannt. Von den in dieser Zeit aus Persien eingeführten Instrumenten war die Langhalslaute Ta für die Entwicklung der indischen Seiteninstrumente von besonderer Bedeutung. Die Lage ihrer Bünde und die Stimmung wurden mit der Rudra-Wiener verglichen. Gemäß dem arabischen Gelehrten Al-Farabi hatte die Ta einige Bünde. Im 13. Jahrhundert wurde ein System von 17 Tönen in pythagoreischer Stimmung für die Ta entwickelt, was die Stimmung der Rudra-Wiener beeinflusste. Spätestens im 18. Jahrhundert hatten sich zwei unterschiedliche Stile in der klassischen nordindischen Musik und damit zwei Gruppen von Musikern herausgebildet. Einmal die strenge männliche Tradition des Dropet, das waren Sänger und Wiener Spieler, die von der Trommel Pach-Awei begleitet wurden. Auf der anderen Seite stand der weibliche Kühlallstil, der Mitte des 18. Jahrhunderts in die Hofmusik von Dieli eingeführt wurde, bei dem die Sänger, meist Sängerinnen, von Sarangi und Tabla begleitet wurden. Die Wiener stand für die hoch angesehene Musikkultur, die Sarangi für Unterhaltungs- und Tanzmusik. Die beiden Gruppen hatten sich in ihrer sozialen Stellung bis um 1900 einander angenähert. Bauform und Spielweise Rudra-Wiener Die nordindische Rudra-Wiener oder Bin besteht traditionell aus einer Bambusröhre, die selbst als Resonanzkörper dient und an der zur Schallverstärkung zwei kugelförmige Kürbiskalebassen befestigt sind. Auf dem Rohr bilden 22 oder 24 unverschiebbar in einem dicken Wachsbett liegende Bünde das Griffbrett. Anstelle des Bambusrohres wird meist Teakholz verwendet, zwei ausgehöhlte Hälften werden zusammengeleimt. Die Wachsmischung wird durch Kunstharz ersetzt. Die heutige Form stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der ehrende Beiname für das 1,40 bis 1,55 Meter lange Instrument ist Mahathivina. Über erhöhte Stege an beiden Enden laufen sieben Metallseiten über das Griffbrett. Vier davon sind Melodiesaiten, die D, A, G, Cis gestimmt sind. Eine äußere und gegenüber zwei außenliegende Seiten aus Stahl geben Borduntöne. Sie sind auf A und in den beiden Oktaven gestimmt. Bis auf die vier Wirbel an einem Ende des Rohres ist die Rudra-Wiener symmetrisch. Die Seiten werden mit drei Stahlplektrenanzeige, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand gezupft. Das Instrument ruht mit einem Resonanzkörper auf dem rechten Unterschenkel, der andere liegt über der linken Schulter. Die Rudra-Wiener wird praktisch nicht mehr gebaut und nur noch äußerst selten gespielt. Sie ist dem alten klassischen Dropped-Stil vorbehalten. Ihre tiefe Stimmung ist besonders für die langsame Entwicklung des Alap geeignet. Nur männliche Familienmitglieder der Garanas durften das Rudra-Wiener-Spiel erlernen. Ihr Spiel wird noch innerhalb der Dagar-Familie weitergegeben. Die Dagar-Garana aus Delhi gilt als die älteste Dropped-Schule. Der bedeutendste Rudra-Wiener-Spieler im 20. Jahrhundert war Z.I.A. Mohairuddin Dagar. Einer der wenigen Musiker, die regelmäßig Konzerte auf der Rudra-Wiener geben und der die Tradition maßgeblich am Leben erhält, ist Asad Ali Khan. Saras-Fati-Wiener Die südländische Saras-Fati-Wiener ist traditionell eher ein Fraueninstrument. Ihr Spiel wurde von Damen der Bildungsbürgerschicht gepflegt. Heute ist es die am weitesten verbreitete Wiener, die in drei unterschiedlichen regionalen Musikstilen gespielt wird. Der Mysore Bani geht hauptsächlich auf Vene Shisana zurück, der einen leichten melodiösen Stil ohne Glissendi entwickelte. Im Tanjore Bani orientiert sich die Spielweise besonders nahe an den Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme. Während im Andra Bani schnell und kraftvoll gezupfte Passagen bevorzugt werden, es gibt auch Einteilungen in weitere Banis. Das Instrument hat dieselbe Seitenanzahl wie die Rudra-Wiener, 24 Bünde und entspricht wie die Sitter einer Langhalslaute, besteht aber aus dem Holz einer zu den Brotfruchtbäumen gehörenden Art. Korpus, Hals und Wirbelkasten werden bei den einfacheren Instrumenten separat ausgehöhlt und dann verleimt. Die Holzdecke wird ebenfalls aufgeleimt. Der bauchige Korpus hat eine nur leicht gewölbte Decke. Wenn das ganze Instrument aus einem Stück Holz gefertigt wurde, spricht man von einer Ekanda-Wiener. Diese hat einen besseren Klang und ist teurer. Ein zweiter, kleiner Resonator aus Körbis, Papmache, Metall oder Kunststoff befindet sich unter dem Wirbelkasten. Die Kanten sind mit gravierten Streifen aus dem Horn des Samba-Hirsches oder aus hellem Kunststoff belegt. Diese Wiener liegt beim Spielen quer vor dem Musiker. Der Korpus ruht dabei auf dem Boden, der Hals wird durch die beiden Knie des Spielers waagrecht gehalten. Der Hals endet oberhalb des Wirbelkastens als Jalimuka mit dem Kopf eines Fabelwesens. Die gesamte Länge beträgt 130 bis. Das Plektrum sitzt auf dem Zeige- und Mittelfinger, teilweise wird mit langen Fingernägeln gespielt. Der rechte kleine Finger greift in die Burdun-Seiten. Der Spielbereich beträgt bei 24 Bünden im Halbtonabstand pro Seite zwei Oktaven. Mit den Burdun-Seiten kann bei der Sarasvati-Wiener und der Rudra-Wiener die rhythmische Struktur gleichzeitig mit den Tönen des Raga wiedergegeben werden. Die Möglichkeit, damit das Gesamtkonzept der indischen Musik darstellen zu können, macht die Wertschätzung dieser Instrumente aus. Während der Nayorka-Dynastien besaß die Sarasvati-Wiener in Tanjavür die heutige Seitenzahl, aber nur sechs Bünde. Dies wird von Ramamathya in seinem Werk Svaramala Kalanedi beschrieben. Er unterscheidet nach der Größe und der Stimmung der ersten Seite drei Instrumente und von jeder Größe zwei Varianten. Die Sarvaraga-Wiener mit festen und die Ekaraga-Wiener mit beweglichen Bünden. Die Sarasvati-Wiener soll Anfang des 17. Jahrhunderts vom Herrscher Raghunata Nayorka und seinem Minister, dem verehrten Gelehrten Govindadik-Sitat zur heutigen Form entwickelt worden sein. Im 18. Jahrhundert diente die Wiener als Ausgangspunkt, um das 72-stufige Melakarata-System zu entwickeln, mit dem die südindischen Raghas katalogisiert werden. In Südindien entwickelten sich an einzelnen Herrscherhäusern regionale Musiktraditionen. Am Hof von Tanjavür orientierte sich die Spielweise der Wiener eng an der vokalen Gestaltung der Liedtexte. Der hiesige Stil, mit dem die Wiener jedes Vibrato der Stimme mit besonderen Techniken der linken Hand nachzuahmen versuchte. Er hielt daher den Namen Geyaki, bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Instrument in senkrechter Position gespielt. Gotovatjam Form und Spielhaltung sind bei der buntlosen Gotovatjam entsprechend. Diese südindische Wiener wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und hat insgesamt 21 Seiten, davon sind sechs Melodiesaiten. Drei hochtönende Bordun-Seiten und zwölfe darunter verlaufende Resonanz-Seiten, die ersten beiden Melodiesaiten sind im Oktavabstand gestimmt. Die Gotovatjam ist das einzige südindische Instrument mit Resonanz-Seiten. Eine große Resonanz-Kalebasse befindet sich unter dem Wirbelkasten, sodass zusammen mit dem lauten Korpus, die Gotovatjam waagrecht am Boden liegen kann. Sie wird mit den drei Plektren der rechten Hand und einem Hartholzstab in den linken Hand, der über die Seiten gleitet, gespielt. Der bekannteste Gotovatjam-Spieler ist N. Ravikiran, Vichitravina. Die Vichitravina, auch Batabin, ist das nordindische Gegenstück zur Gotovatjam. Ebenfalls buntlos und mit einem breiten Hals verfügt sie über vier Melodiesaiten, fünf Bordun-Seiten und 13 Resonanz-Seiten. Beide Enden sind mit Vogelköpfen verziert. Früher war sie ein Begleitinstrument für den Droppettgesang, wird aber kaum noch verwendet. Indem bei beiden Instrumenten die Tonhöhe mit einem Holzstab, bei der Vichitravina auch mit einem Glasstab gegriffen wird, entsteht ein klanglicher Effekt, der einer Slide-Gitarre ähnelt. Die Vichitravina wurde im 19. Jahrhundert durch Abdul Assiskan eingeführt, einem Musiker am Fürstenhof von Indore aus der Partiala Garana. Form und Spielweise sollen auf die Ektantrie-Wiener zurückgehen. Der Musiker und Musikwissenschaftler Lallalmani Misra war einer der bekanntesten Vichitravina-Spieler im 20. Jahrhundert und trug dazu bei, das Instrument vor dem Vergessenwerden zu retten, seltene oder nicht mehr gebräuchliche Wieners. Die Mayurivina, auch Taus, ist eine möglicherweise gegen Ende der Mogulzeit entwickelte Langhalslaute, die mit dem Bogen gestrichen wird. Ihr charakteristischer dickbauchiger Korpus besitzt die Form eines Paus. Ende des 20. Jahrhunderts erfuhr sie eine gewisse Wiederbelebung, seitdem sie von Siegs im Punjab nicht nur zur Gesangsbegleitung, sondern auch in der klassischen nordindischen Instrumentalmusik eingesetzt wird. Schlankere Varianten derselben Instrumentenfamilie sind die Dilruba und die Esrei. Nur noch im Museum anzutreffen ist die Kinnari-Wiener mit einer halben Strauß-Neischale als Resonanzkörper. Dieses lauten Instrument sollte nicht mit der alten Stab-Zita-Kinnari verwechselt werden. Letztere hatte zwölf bis vierzehn Bünde für die eine Seite und drei unterschiedlich große Kalebassen, die im mittleren Bereich unter der Bambusstange hingen. Die älteste chinesische Zita heißt Kinn oder Kinn. Ein altes, bereits in den Weden erwähntes Volksinstrument ist oder er war die wesentlich größere Kachapivina in Bengalen. Mit einer besonders flachen Kalebasse als Resonator, der Name Kachapar heißt Schildkröte, er kann auch für die Holzer Cedrila-Tuna stehen. Von Indien aus wurde die buntlose Kurzhaltslaute unter Varianten des Namens Kakapiweit in Südostasien verbreitet.